15 Sekunden 10 Sekunden noch 5 Sekunden übrig Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter aufgespürt Gegner Der Gegner verbleibt Nehmen die in die Zange Alter Doch du Fotzenkind Der kann Schaden bekommen die Angst. Äh. Äh. Ähh. Ähh. Wir sollen die deutschen Nation hüben, Alter. Oh, Sadons. Überarmen. Jetzt spring drauf. Nein, nein mach nicht. Lauf raus. Scheiße, Sammel, ich brauche Hilfe. Ich helfe dir nicht, ich will meinen Anteil. Ohne Anteil helfe ich dir nicht. Ich schlade mein Magazin. Digga, Sammel, du mit den Anteil. Du bist zum... Lebst was noch? Ich muss... Ich helfe mir. Ich helfe mir. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, geballt die Bedrohung neutralisiert sind. wie denn der andere muss wieder gelegt werden die verletzt die feindliche aktivitäten neutralisieren ich habe noch scheiße gut gemacht aus der gewinnt vor dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017